Hey Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo hier auf dem Kanal des Laser Kings. Wie ihr hört, ich bin noch nicht ganz gesund, aber wieder auf dem Weg der Besserung. Und es ist schon viel besser als es schon war. Ich möchte aber gar nicht über die Krankheit reden, sondern über eine kleine Info für euch. Es wird nämlich diese Osterferien eine YouTube-Pause geben. Das heißt, ich werde in diesen Ferien keine langen Videos hochladen. Ich werde ab und zu zwischendurch mal Shorts hochladen oder Community-Posts machen, Ankündigungen im Community-Tab, Umfragen oder Quizzes. Genau, ich hoffe aber ihr bleibt mir trotzdem treu. Nach den Ferien kommen dann wieder reguläre Videos und es kommen ja auch nicht gar keine, es kommen ja auch ein paar Shorts. Genau, ich versuche aber auf dem zweiten Kanal ein bisschen was voranzutreiben und den Discord-Server ein bisschen zu verschönern, neuen zu erstellen und deswegen schaut da vorbei auf jeden Fall. Ansonsten wollte ich euch das nur ganz kurz sagen. Das Video natürlich kommt später um 5 zu 0 ganz normal online, das ist dann aber das letzte Video und dann kommt es wieder nach den Osterferien dann reguläre langen Videos. Bis dahin macht es gut, habt schöne Osterferien und zwischendurch werden ja auch mal Videos kommen. Und guckt gerne mal auf dem zweiten Kanal vorbei, da machen wir vielleicht Minecraft-Videos, diese Ferien, also guckt da vorbei. Und dann wünsche ich euch wunderschöne Osterferien, macht was Schönes mit eurer Familie und seid einfach fröhlich. Ich wünsche euch schöne Ferien, macht's gut, bleibt gesund, euer Laser King.